Herzlich Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Also, besser gesagt, mein erstes Let's Play. Heute spiele ich Counter-Strike Global Offensive. Also heute ist einfach das Wochenende Free-to-Play. Ja, und das ist ziemlich geil. Also, wer das zocken will, das ist Free-to-Play auf Steam. Bis Montag. Ja, spielen wir das mal. Gut. Wie du so schwule Waffen. Ich hab mal diese Waffe. Ich hab dich gegen. Oh, damn. Puh, alter. Ja, wie ihr seht, das Spiel macht Spass. Ja. Oh, der ist tot. Ja, scheiße. Oh, geiler Sniper. Ich mag Sniper. Oh, alter. Camper. Ja, die magische. Ah ja, wie ihr seht, ich bin anfängend in diesem Spiel. Aber ja, es kommt noch. Ich spiel das auch zum ersten Mal heute. Bei Sniper. Bei Sniper. Ja, klar. Kommt von hinten. Bin einzig mit Gustav. Die geht ab, die Waffe. Ja, ich spiel das. Ja, ich spiel das. Ja. Ja, ich spiel das. Ja, ich spiel das. Ja, ich spiel das schon besser. Loli. Okay, okay. Oh, yeah. Mit Gustav. Very, very nice. Oh, scheiß Camper. Ich hasse das. Das ist das Schwule in diesem Spiel. Einzig Schwule. Oh, klar, klar. Hmm. Ist gut, ja, okay. Okay. Fickt euch einfach. Fickt euch. Ja. 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 Null. Trollt. Okay, okay. Very nice. Oh, geht auch. Yeah, what the f*** I have. Oh, is that bull? Ja, very good. Jetzt schwule Stimme, aber eben ein ganzes Rekord. Lol. Ja, und das war's für heute. Meine erstes Let's Play. Ich hoffe, es hat durchgefallen. Okay. Okay. Okay.